Und hier ein neuer Beweis für die Vielseitigkeit der Luftbrücke. Vom britischen Flugplatz Wunsdorf bei Hannover werden Volkswagen nach Berlin geflogen. Frisch aus dem Werk geht es direkt in den Flugzeugbauch. Die Wagen sind als Radiostreifenwagen für die Polizei der Westsektoren Berlins bestimmen. Berlin stattete den Piloten der Luftbrücke seinen Dank ab. In Tempelhof richtete der amtierende Oberbürgermeister Dr. Friedensburg im Namen des Magistrats Worte der Anerkennung an eine gerade eingetroffene amerikanische Mannschaft. Selbst gebastelte Geschenke von Berliner Jugendlichen werden überreicht. Auch in Gatow gab es Glückwünsche für die englischen Piloten. Auf diese Art zeigt die Berliner Bevölkerung ihre Dankbarkeit für die Männer, die Tag und Nacht die Versorgung der blockierten Stadt durchführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017